NEIN! 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 Abwalt! Yo! Oli! Stopp! Warum?! Hey, was geht? Willkommen zu diesem wunderbaren... Ach, haltet doch alle die Fresse, was soll der... Leute, es ist kein wunderbares Video, es ist der gleiche Kram wie sonst auch immer. Mit den gleichen Menschen, die sonst auch immer mit dabei sind. Eigentlich ist jeder Tag wie jeder andere ein absoluter Haufen... Aber ihr schaut's euch immer wieder an. Ich weiß nicht, was mit euch los ist, aber... Wie geht's euch? Alles gut? Man kann sich unterhalten. Wir schauen uns heute wieder gemeinsam deutsche Memes an und... Ja, und diese Memes sind gefertigt worden von YouTube.exe und Jesus von Nazareth. Zwei absolute Ehrenkanäle. Das kann man bei dem Kanal, der hier dabei ist, nicht behaupten. Der WifiD ist mit dabei. Lukas, ich bin wirklich froh, dass du keinen geregelten Tagesablauf hast und immer innerhalb von 10 Minuten ready bist für eine Aufnahme. Perfekt. Ich würde sagen, wir fangen einfach an mit dem ersten Video. Deutsche Memes, die 10 Jahre auf dem Bau gearbeitet haben, Leute. Da wird's auf jeden Fall nochmal ganz, ganz wild. Und... Lukas, bist du bereit, ein bisschen zu lachen und zu kichern? Äh, ja. Perfekt halt dein Maul. Ja. Nicht lachen. Und wer lacht, Lukas? Der muss seine Freundin mit dem anderen teilen. Ich hab keine, selber schuld. Ich zerstör... Ich will deine Freundin nicht. Lass einfach gut sein. Besser ist es, Digga. Zerstörung der Presse? Kreative Leute machen die tollsten Dinge. Ich bin keine. Ja, 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 ja. So ist es. Okay, Digga. Okay, Digga. Alles klar für unseren großen Abend heute? Ja, da steckt der Bär! Ja, 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 ja. Cola, Chips, alles am Start gehabt, Alter. Heute sieht es ganz anders aus. Heroin, ja, das war's eigentlich. Mehr mach ich nicht. Ja, schon stimme! Bist du bereit? Alle habt ihr meine Ohren gerade gedisrespektet. Sage meinen Namen. Walter Weitz gönnt 100 Millionen Euro. Oh Gott nicht! Kennst du dieses Meme von wegen dieser Bann? Ignoriert deine 50 Euro Donation. Oh, geil! Digga, der muss... Ey, Lopps, letztes Jahr haben wir mit Montague Street ein Pummelparty zusammen. Der geht weg. Der war eine Stunde lang weg. Der war bei 37.000 Zuschauern. Er kommt wieder, hat 45.000. Eine Stunde lang war sein Stuhl leer. Leute haben zugeschautet, äh, abonniert, donated. Zugeschautet, ja, ja. Er hat nichts davon vorgelesen. Perfekt. Oh, shit! Oh, ja! Ich bin dein Vater! Oh, nein! 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 Ich bin nicht dein Bruder. Ja. Benutz dieses Wort nicht. Nenn mich bei meinem Namen. Ich bin von von Bonn. Ähm, ja, Ma-O-Am gehört auch dazu. Ma-O-Am ist auch dabei. Ma-O-Am. Ma-O-Am. Ma-O-Am heißt das. Ähm, Monschauer Senf, der wird hier irgendwo... Ich bin drei vier... Ma-O-Am heißt das? Ah, ja. Ja. Hey Leute, Tiktok auch die letzte komische App. Und die letzte komische... Und jetzt kommt Tiktok... Ahhhh, tada, tada. Digga, lachgegen. Deutscher Fahrzeugtyp bist du. Wahrscheinlich ein SUV, oder? No Front. Aber auf korrekt, Digga. Standards gedacht, nach zwei Tagen irgendwie fast 200.000 Follower, Digga. No Front. Ja, ich hab keinen TikTok. No Front. Ja, Fehler. Rechts, links, rechts. Alkoholparty ist komplett unnötig. Man braucht das alles nicht. Man kann auch so Spaß haben, ohne sich voll zu trinken. Ich würde sagen, es ist ziemlich wild. Ich versteh alles, außer dass ein Vogel wird gesucht. Soll ich einen Vogel fangen? Elefant, okay. Hund, ja. Katze, ja. Aber, Mama, wie soll ich einen Vogel fangen? Soll ich einen Vogel fangen? Bro, er redet in Real Talk. Es ist einfach so, Digga. Ich frag mich das auch manchmal. Wenn ein Wellensitzchen fliegt, Digga, der ist weg. Der kommt nicht zurück. Digga, meiner ist damals weggeflogen und wir haben den wieder eingefangen. Digga, der hört auf den Namen Hansi wahrscheinlich, oder Lukas? Der hört auch drauf, ne? Halt deine Fresse. ...Geld ausgezahlt werden, das wünschen sich die SPD. Mach mal im Fernsehen. Einfach Dicking im Hintergrund. Aber außerdem niedrigere Energiepreise. Da guckt das Dicking, siehst du? Mit der Wasserflasche. Gar nichts. Das Kapiere geht kaputt, oder? Ne, ich glaub, man sieht's einfach nicht, oder? Oh, jetzt, pass auf, jetzt kommt irgendwas raus. Es geht kaputt, es geht kaputt. Nein, nein, nein. Es läuft doch da durch. Was? 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 Das ist echt, ne? Who is that Pokemon? ApoRed. Mhm. Glaub ich. Einen zwischen Peen. Oh, Digga, Alter. Und zwei Eier. Hast du diesen Song gehört, Junge? Digga, ey, dieser Song ist... Absolut... Ey, wie heißt der nochmal? Der Song ist hier, Digga. Alfa... 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 Alfa Stein heißt der, glaub ich, ja. Ähm... Knabbern... Zaufern... Und labern. Und Chiller. Chiller hab ich mal geschrieben. Chiller. Ja. Chiller hab ich nochmal. Ja. Bei mir am Wochenende. Bei mir am Wochenende. Immer. Sieht immer diesen hier... Oh, ja, oh, guck mal mein Arsch. Oh, ich mach die zwei... Portal kann jetzt nicht selbst. Alle gucken... Oh! Oh! Can you hear me now? Der Hafti da oben links. Ist es da Viscar Barca? Viscar Barca, glaub ich. Abbefehlen alles. Guten Nachmittag, guten Abend, guten Morgen. Angela Merkel. Hab ich bisher noch nicht gemacht. Und auch nicht vor. Oh! Der Gangster. Lass dich nicht einschüchtern, Thaddeus. Stell ihn dir einfach in Unterwäsche vor. Bro, immer noch absolut gruselig. Ich hab so Angst vor Jizz, das ist immer noch in meinem Bruder. Oh nein, Waschbrettbauch. Junge... Man weiß nicht, was damit gemeint ist. Das ist die Scheiße, Mann. Oh mein! Aber Realtalk. Mhm, mhm, mhm. Pum, 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 pum. Pum, 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 pum. Pum, 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 pum. Pum, 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 pum. Bruder, hier haben wir noch auf jeden Fall die heiligen deutschen Memes. Also rein damit, Junge. Ganz wichtig. Notifikation. Geil. Check. Du! Du! Der Typ, der dieses 900 Kilogramm Kohl gekauft hat, der bei den Taschenrechtern stand. Das ist mein Vorbild, Digga. Wenn ihr euch fragt, wie man Millionär wird, genauso. Ich bin gespannt, Digga. Arztlack. Baba. Haft. Motherf*****. Real Talk. Was ist die Hauptstadt von, äh, Deutschland? Die hat einfach nur Mund offen. Hä, nein. Oh, Europa. Abwart. Bro, natürlich ist Europa die Hauptstadt von... Was ist die Hauptstadt von Deutschland? Nein, Europa. Digga, welcher Mensch weiß denn sowas nicht? Was heißt Schnecke auf Englisch? Schreib... Ah! Sollen sie es doch vorlesen. You know Spongebob and Gary. You know Spongebob and Gary. You are Gary. Flirtgame on Fleek, Bro. Der bilingue, alle bossen. Du bist Schnecke. Du bist Schnecke. Ja, jetzt richtig. Wichtig. Wichtig. Geklärt, Bruder. Jungs, ist er drin? Jetzt finde ich ihn gar nicht mehr sch*****. Ich finde ihn vielleicht sogar ein bisschen gut. Auch so ein Zwei mit den viel zu langen Haaren und der Brille dazu und... Weiß ich nicht. Cooler Typ. Perfekt, Dilara, du sagst es. Weiß noch welche Frage? Wer ist denn jetzt der Täter? Ähm, vor allen Dingen ist das Lied von Stay High oder von Ufo? Ich kann es dir grad nicht sagen. Cooler Typ, ich finde den jetzt nicht mehr kacke. Uuuuh. 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 Schad, Aldi. Netto. Oh, den habe ich selber gefunden. Du sollst mir nicht widersprechen, wir fahren nach Aldi. Nein, du sollst mir nicht widersprechen, wir fahren nach Netto. Na komm nach vorne, wir erstmal Kaffee saufen. Kaffee saufen. Okay. Kaffee saufen, Alter, Digga. Junge. Nein, ich bin kein Muslim, auch kein Christ, auch kein Buddhist. Deine Brille ist sau dreckig, kann das sein? Ja. Da auf jeden Fall mal Scheibenwächer draufknallen. Auch kein Autist oder sonstiges. Stimmt. Bro, Autist ist keine Religion, aber... Ich liebe dich wie... Ich denke, dieser Junge wird verrückt auf dieser Inselmann, wirklich, der muss da weg. Oh, was ist das? Alter, eine Brille. Du meinst, Alter. Halt deine Brille. Diggah. Diggah. Imagine, du buchst ein Baby auf, Diggah. Wie das? Jetzt hier... Kann ich nicht gehen, Diggah. Echt? Ja. Damm, Damm, Damm. Wie viel Ex-Frau... Was? Keine Ahnung, mir egal. Diggah, besser... Ja, der ist direkt weg. Ja, alles klar. Perfekt. Geil. 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 Ich bin wieder zurück. Der allerechte, Diggah. Ich war nie weg, Junge. Ich rufe mich um 3 Uhr an, sagt um und komm raus, ich komm raus. Junge, rufe mich um 6 Uhr an, weckt mich auf, macht Sturmklingel, sagt, ich komm raus, Schwänzlutsch, ich komm raus, Schwänzlutsch. Was haben wir, Thunfisch? Dann sagt der Wallfisch, du hast die Wallfisch, dann sagt der Thunfisch, ich hab deine Mutter... Scheiße. Einfach der Traum. Das Ding ist, das Ding ist, imagine du wohnst bei Lukas im Dorf und ihr lasst die Tür offen und dann setzt einfach seine Mutter auf der Tür, Diggah. Boah, halt deine Schnauze, Diggah. Zeig, was hast du da gemeint? Zeig, was hast du da gemeint? Oh, das sieht ja schön aus. Hast du das selber gemeint? Ja. Ja? Guck mal. Guck mal, du hast selber gemeint. Das sieht schön aus. Junge, 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 Alter. Denn du wirst heute 16, darum gibt es meinen Kopf. Yo, Olli, stopp, nach oben, stopp, Diggah. Das ist der einzig Wahre. Erstmal ein Foto machen. Ich hab nämlich so eine App für mein Handy, die heißt Untappt. Und da kann man so seine, als Bierfreund, seine ganzen Biere, die man so trinkt, die verschiedenen Sorten, eintragen und bewerten. Das ist ja eine Geschäftsidee. Absolut arschgeil, Diggah. Die Craft Beer Community dankt dir, Bro. Jetzt erstmal so, kennst du diesen einen weirden Homie, der so bei dir hängt? Ja. Und der hat so, der hat so ein bisschen so viel Vintage Klamotten an und dann fängt er so an, oh, habt ihr Bier? Und dann gibst du ihm Bier und er sagt so, ah, Bro, Craft Beer, kennst du Craft? Und dann sage ich raus, Diggah. Dann fängt er mir an, davon zu erzählen, dass das Bier gerade in so einem alten, in einer alten Badewanne, in, äh, in irgendwo... Ach, halt deine Fresse. So weiter, Patrick, so weiter! Alles auf, ey! Käse! Eier! Butter! Eier! Ja, Mann! Sooo, nicht! Ah, doch genau so! Das waren jetzt fünf Sekunden. Bro, imagine, du boostetst. Farad Läch, Alter. Die sind einfach... Die kommen auch nicht wieder. Ja. Hä? 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 Ich raff's nicht. Hoffen, ich werde ich jetzt mal irgendetwas Cooles, ey. Nochmal, nochmal. Uuhuhuhu! Boah, Digga. Digga. Save Pasadena, California. Save kein Raketenstart, oder? Ja, ja, ja. Lost war ne coole Staffel. Hab ich mir auf drei Tage nonstop reingezogen. Wirklich Hammer. Mensch! Ich hab die Faxen, Digga! ABK, Aldo. Oh, Digga, das springt jetzt eh da in unser Gesicht. Ja, das springt die Kamera. Ja, komm, Junge. Boah, irre, Mann, Digga. Eh nicht, eh nicht, eh nicht. Jetzt geht's weg und es kommt wieder. Er schreibt auch zurück, sehe ich gerade hier, mit den Worten, bin raus, Amina Koyim. Was auch immer. Was ist eigentlich bei Jens aus Rastatt gerade los? Was ist eigentlich bei Jens aus Rastatt gerade los? Nicht kaputt machen das Geschirr, wir brauchen das noch mal. Wie alt bist du denn? Ich werde 14. Oh, das, gut, das kann man gelten lassen. Sag ich jetzt mal. Ob jetzt, ob jetzt 14 oder 18 ist eigentlich egal, oder? Justin hat auf mein Video reagiert, Leute. Und er hat mich einfach ausgelacht. Er hat mich ausgelacht und das finde ich nicht cool. Und deswegen habe ich eine Frage an Justin. Sieht man das? Sieht man das? Coca-Cola. Unge hat auch erneut auf meinen Stream reagiert. Und er war richtig nett zu mir. Er hat gesagt, dass ich eine Legende bin. Was nehme ich zu Herzen, Unge? Der Flug nach Madeira ist schon gebucht. Und dann können wir vielleicht bald mal zusammen eine Cola trinken. Ja Digga, zusammen noch mit Leo Mascher, dann hat's ja auch wieder. Digga. Im Club, Bro, du hast zicke Moves, Bro. Und dann kommt der Energy und ja, dann ist eh vorbei. Ja, aber inzwischen nicht mehr, der wird glaube ich langsam zu dick. Ist so? Ja, ne? Ich glaube, der kann nicht übertragen. Ich stelle mir gerade so vor, wie du ausrastest. Ja, Dings, ähm, ich hab meine Mutter gefragt und boah, muss ich furzen. Ja. Boah, nochmal. Oha, okay. Heute nicht nur mit Ton, sondern auch mit Bild. Wow! Leute, ich würde sagen, da sind wir auf jeden Fall jetzt am Ende angelangt. Es reicht an der Stelle. Ich weiß übrigens auch nicht, was ich da links mache. Keine Ahnung, Alter. Ähm, Nico und ich kannten uns damals schon. Ich hab tatsächlich damals Nico zu YouTube gebracht. Man sieht's hier, der Beweis. Äh, Lukas, möchtest du noch irgendwas sagen? Deinen Kanal oder sowas vielleicht noch irgendwie promoten? Nö, nö. Perfekt, halt's Maul. Perfekt, halt's Maul.